Liebe Herr Tana, wir haben einen neuen Trainer. Felix Maggert wird übernehmen. Felix Maggert, ein Bundesliga-Urgestein. Okay. Digga, Digga, was machst du da? Ich weiß, ich weiß, das ist doch nur ein Gerücht. Der Maggert macht sowas nicht mehr. Oh-oh. Na endlich! Schlimmer als Korkut geht ja gar nicht. Was? Was? Sekunde. Sekunde, ja? Medizinbälle, frische Medizinbälle zu verkaufen. Medizinbälle, frische Medizinbälle. Na, Medizinbälle verkaufen. Damit werde ich jetzt reich. Oh, schöne Medizinbälle haben Sie da, junger Mann. Qualität. Qualität? Qualität kommt von Quillen. Ich nehme sie alle.